Ja, die stärkere Füße von Cengiz Kotsch gibt hier wohl auch den Ausschlag, zusammen natürlich mit seiner größeren Erfahrung Routine. Das Konzept geht hier voll auf. Ganz konventionell solide Boxen, keine Mättchen mehr, nichts riskieren, vor allem mit der Linken vorbereiten. Immer wieder die Führungshand, das ist genau das richtige Rezept. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja, die beiden sind vom Stil tatsächlich sehr ähnlich. Das ist halt so, dass Cengiz Kotsch ein bisschen mehr Gewicht mitbringt, ein bisschen mehr Erfahrung. Und damit eben die Überlegenheit, die auch wieder in dieser vierten Ohne hier demonstrieren konnte. Zwei ganz klare Runden zugunsten von Cengiz Kotsch. Und über die ersten Ball könnte man diskutieren, muss man aber nicht. Schöne Rechte da, die Marcel Zeller landen konnte. Und der ehemalige Europameister, der Liga Häusler, der Kopp ist eben wieder, wir wünschen Ihnen dazu alles Gute. Das ist falsch. Der Tableau ist da außerhalb des Links. Und der Trainer von Marcel Zeller. Du, Chef, wir kriegen Sekundant. Klicken Sie auf, please. Kops. Kontrollieren, kontrollieren. Komm. Hopp. Wenn man vielleicht ein bisschen Haarspalten will, dann sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass Cengiz Kotsch ein echter Schwergewichter ist. Während Marcel Zeller, einer derjenigen ist, der Schwierigkeiten hat, das Cruisergewicht zu schaffen, 86,2 Kilogramm. Und für die Gruppe von Leuten gehört, für die eigentlich eine weitere Gewichtsplase geschafft werden sollte, das Supercruiser-Gewicht. Es gibt einige Verbände, die bereits darauf reagiert haben. Einige haben, die WBU zum Beispiel, hat eine solche Klasse, eine solche Gewichtsklasse. Andere Verbände haben das Cruiser-Gewichtslimit auf 1,90 erhöht. Und die Schulter. Stopp. Und die Schulter. Stopp. 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 Er ist einfach der Lockere, die Bewegungen sind runder, es läuft bei ihm wie geschmiert. Bei Marcel Zeller ist zwar die Kraft und das Talent da, aber es reicht hier nicht ganz. Aber ich muss schon sagen, eine gute Partie, die Marcel Zeller liefert dafür, dass er zwei Tage vor dem Platz erst informiert worden ist, dass er diese Chance bekommt. Da auch diese Runde geht zugunsten von Schenkels Coach, braucht man nicht lange davon nachzudenken. Bleib ruhig, weiter ganz klug boxen, ruhig bleiben. Schenkels, du hast überhaupt nicht nötig. Du bist nicht so stark, was wird das annonciert. Das Verlegenheitslächeln was du machst. Das ist nur Verlegenheitslächeln. Hör auf mit diesem Mist. Sei schon ganz konzentriert für unseren Bock. Immer wieder zumachen. Und da halt die Decke oben. Da kämpfst du noch mal. Glaub mir das. Der gute Treffer auf beiden Seiten. Die Merza kam wieder von Schenkels Coach. Wo die Gegner macht sich Sorgen, dass Schenkels Coach sich vielleicht ein bisschen zu sicher fühlt. Das ist wieder sehr ambitiös. Dann hatte Ellen Sonne, die beiden Mitboxern schön die Hände schütteln zu lassen. Aber deswegen kann man es ja auch. Der Uli Wiener meint, Marcel Zeller wird noch mal alles auf eine Karte setzen in dieser... Oh, 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 oh. Das sah aber aus wie ein Niederschlag, muss ich sagen. Da startet sich noch mal die Zeitpuppe. Deck! Deck! Steignack! Vielen Dank.